Am Sonntag, den 20. September, ist der diesjährige Tag des Geotops. Das Museum für Naturkunde Magdeburg bietet eine Exkursion in den Steinbruch Kroppenstedt an. Hier können Fossilien gesammelt werden. Die Anreise ist individuell. Der Steinbruch liegt ca. 4 km südlich von Kroppenstedt. Im Ort weisen Schilder den Weg zum Steinbruch. Von 10 bis 17 Uhr ist der Geologe des Museums Michael Buchwitz vor Ort. Er informiert über diesen interessanten Aufschluss und die dortigen Gesteine und Fossilien. Mit etwas Geschick und Glück können dort fossile Muscheln, Schnecken, Armfüßer, Grab- und Fußspuren gefunden werden.